Hallo liebe Rasenfiegers, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfieger Andreas Kraus. Ich muss ihn euch endlich zeigen. Ich halte es ja nicht mehr aus. Ich habe einen neuen Rasenmäher mir gekauft und er steht schon ein paar Tage in der Garage, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, ein Video zu drehen. Und ich wollte ihn eben nicht vorher benutzen. Ich wollte ihn im Neuzustand euch zeigen. Und zwar, es ist mein erster Stielrasenmäher. Mein erster Stielrasenmäher. Aber ich konnte nicht widerstehen. Ein Fan hat mir tatsächlich den Link geschickt zu diesem Rasenmäher. Und jetzt ratet mal warum. Ratet, warum der Rasenfick sich diesen Rasenmäher gekauft hat. Ich verrate es noch nicht. Ich werde erst mal ein paar technische Dinge zu dem Rasenmäher sagen. Dann werde ich das erste Mal mähen. Ich weiß nicht, auf welcher Fläche. Vielleicht sogar hier auf der ganz kurzgestimmten Fläche, wenn das überhaupt geht. Ja, und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt bei diesem Video. Yeah. Ja, lieber Ratetwicks, diesen Rasenmäher kriegt ihr nicht in Deutschland. Tatsächlich nicht in Deutschland. Den habe ich in den Niederlanden bestellt. Und der hat mich gekostet 767 Euro. Oder 76, irgendwie so rum. Also rund 770 Euro hat der Mäher gekostet. Ohne Akku, es ist ein Akkumäher. Und der Versand hat nochmal 100 Euro gekostet. Also, round 860 Euro. Irgendwas um den Dreh. Habe ich für den Mäher ausgegeben. Keine Akkus dabei. Aber da ich viele Stielgeräte habe, hatte ich auch für dieses Gerät tatsächlich Akkus. Also, es ist ein Akkumäher in zwei Schächte. In zwei Schächte für Akkus. Der hat eine Schnittbreite von 46 Zentimetern. Das traut man ihm eigentlich gar nicht zu. Es ist, wie bei Stiel alles, ein reines Kunststoffteil. Also alles ist aus Kunststoff hier. Im ersten Moment war ich ziemlich geschockt, als ich diesen Mäher von der Palette holte. Da habe ich gesagt, oh, was habe ich mir denn da jetzt gekauft? Was ist denn das für ein Sch? Also, der erste Eindruck war wirklich enttäuschend. Er hat ein paar sehr, sehr coole Features. Er hat ja diesen Monoholm, wie man, glaube ich, sagt. Er hat eine zentrale Höhenverstellung. Ja, die Höhenverstellung geht von 15, unterste Stufe, bis 60 Millimeter. Hier sind fünf Stufen verstellbar. 15 Millimeter, naja, das ist nicht, da ist schon ein bisschen Dreck drauf. Gitt. 15 bis 60 Millimeter. Er hat natürlich einen Grasfangkorb, den man ja natürlich superleicht jetzt rausnehmen kann. Er hat einen Eco-Modus. Hier ist ein Schalter für den Eco-Modus. Er hat einen variablen Antrieb. Er hat, ja, er hat alles, was ein Rasenmäher braucht. Und, und jetzt kommen wir schon zum allerwichtigsten, jetzt kippe ich ihn mal um. Er hat, tadadada, er hat einen Walzenantrieb, Freaks. Einen Walzenantrieb. Und das war die erste große Enttäuschung. Diese Walzen sind aus Kunststoff. Dafür ist der Mäher nur 27 Kilo schwer. Das ist natürlich ohne Akku 27 Kilo. Das ist natürlich echt ein leichtes Teil. Er hat sogar ein Mulchmesser. Er hat ein ziemlich offenes Gehäuse. Ich kenne Stiel nicht. Also, nehm ich mal so hin. Er hat so eine Blechverstärkung. Hier hat so einen Anfahrschutz aus Kunststoff. Ob man den irgendwie tauschen kann, weiß ich nicht. Aber er hat eben eine geteilte Antriebsrolle. Eine geteilte Antriebsrolle, die sogar ein bisschen profiliert ist. Und deswegen habe ich ihn gekauft. Was sagt ihr dazu? Ja. Mein erster Stielmäher. Noch ist er schön weiß, noch ist er schön sauber. Legen wir mal los. So, hier nimmt man den Fangkorb. Kunststofffangkorb. Lass uns mal reinfilmen. Reinfilmen. Komplett Kunststoff. Hier ist schon ein bisschen Dreck drin. So was. Hat hier so eine Anzeige für den Füllstand. Bin mal gespannt, ob der funktioniert. Und das coolste Feature ist hier, man kann auf Mulchen umschalten. Um die Mulchfunktion zu aktivieren, kann man hier diesen Hebel betätigen. Und dann öffnet und schließt sich. Klack, klack. Ja. So redet das. Goi. Das klappt. Eine Klappe schließt. Und zack. Die Klappe wieder aufmacht. Zack. Wieder schließt. So, er hat auch eine Griffhöhenverstellung, aber tatsächlich nur in zwei Stufen. Also das ist die unterste Stufe. Für mich schon fast so hoch. Und dann hat er noch eine Stufe höher. Und dann kann man ihn so umklappen und so natürlich dann wegstellen. Oder rastert er auch wieder ein. Oh ja, das ist ja cool. Und dann kann man wahrscheinlich, das kann ich ja gar nicht glauben, kann man ihn so hochnehmen und wegstellen. Kann man machen. Nicht schlecht. Aber schnelles Zwischenfazit. Reiner Kunststoff. Reiner Kunststoff. Freaks. Also, ich würde jetzt auch gehässig sagen, ein Plastikbomber. Ja. Okay. Dafür natürlich auch nicht so teuer. Hier muss man beim Einlegen des Fangkorbs ein bisschen aufpassen, dass man diese Mulchklappe, dass man in diese Mulchklappe kommt. Gut, hier ist dann, die Geschwindigkeitsverstellung von, ich glaube, 2 kmh bis 4,5 kmh. Ganz nach hinten ist er aus. Und so kann man dann in einzelnen Stufen gerastet, alles in Kunststoff, alles ziemlich wackelig, ziemlich, oh gut, der Griff ist fest, aber das meiste fühlt sich so ein bisschen billig an. Ganz ehrlich gesagt billig. Was mich jetzt tatsächlich echt stört, da sind so geteilt, es ist alles so ein bisschen, es hat so ein bisschen Spiel, das wackelt alles so ein bisschen. Gut, die Räder rollen gut, die sind cool gelagert. So. Es ist gut verkleidet, das Gerät. Also, man kann nicht reingucken, schön alles abgedeckt, das ist schon okay. Das Mähwerk startet man mit dem hinteren Bügel, drückt man hier drauf und dann zieht man den Bügel hoch. Das hört sich schon furchtbar an, aber sonst läuft er relativ ruhig. Fühlt sich gut an. Der Mäher soll 1200 Watt Leistung haben und soll, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem Akku 340 Quadratmeter mähen können. 340 Quadratmeter mit einem Akku. Eine Sache, die ich noch nicht so ganz glaube, ist, dass der Mäher wirklich Streifen macht. Der hat ja einen Walzenantrieb, sollte schöne Streifen machen. Die Walze ist auch richtig schön breit, das ist super, aber der ist so leicht. Ob das wirklich reicht, um richtig schöne Streifen auf den Rasen zu zaubern, das werden wir sehen. So, ich habe ihn jetzt auf der untersten Stufe und Mähe mal hier auf meinem Fairway. Das hat zur Zeit 11 mm Schnitthöhe und wird wahrscheinlich nichts runterkommen. Wir gehen glaube ich gleich mal ins Hohekreis. Aber ich bin jetzt mal los. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Eine Sache ist noch ziemlich cool, das hat ja meine Frau ja bei dem Solo bei Alkomea bemängelt, dass diese dicken Drahtbügel so vorstehen. Und wenn man dann den Griff hält, dass die in den Finger drücken. Hier, Stiel hat das besser gemacht. Die haben ja so Einsenkungen gemacht an diesem Profil, dass diese Drahtbügel so richtig schön hier an diesem Profil anliegen und nicht so stark hervorstehen und damit liegt der Meer wirklich gut in der Hand. Da kann ich nicht meckern. Ja, cool. So, jetzt geht es aber los. Also, Stufe, mittlere Stufe und ab geht's. Sehr angenehm. Ist nicht leise. aber ein sehr, 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 sehr angenehmes Mähgeräusch. Mich rentiert so ein bisschen diese Asymmetrie. Boah. Ich habe sogar das Gefühl, dass er was runternimmt. viel schneller. Ja, das ist gut. Man kann sogar gut drehen. Ist ja leicht. Der Meer ist sowas von leicht. Den muss ich gleich meiner Nachbarin anbieten. Ja, meine Frau sagte gerade, dass seitlich der Gasschnitt aus dem Fangkorb rausfliegt. Können wir mal gucken, was jetzt schon bei diesen drei Bahnen aufgenommen hat. Klangt auch relativ laut. Ist schon was drin, ne? Kann ich nicht sehen. Ist schon ein bisschen was, ganz bisschen drin. Immerhin, er hat ein ganz bisschen gemäht. 15 Millimeter. Ich habe jetzt, wann habe ich gemäht? Ah, gestern? Wahrscheinlich. Ich mähe ja immer. Weiß ich noch. Keine Ahnung. Gestern? Nee, heute ist Donnerstag. Gestern? Ist auch egal. Auf jeden Fall nimmt er was auf. Das ist ja schon mal ganz cool. Also machen wir noch ein paar Runden hier. Und man sieht sogar Streifen. Wer darf es denn die Möglichkeit sein? Man sieht sogar Streifen. Aber man muss das Gras höher wachsen lassen. Was mich total irritiert, dass der Fangkorb so schräg versetzt ist. Ich habe das Gefühl, ich mähe schief. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich unfassbar praktisch, diese Freiheit hier zu dem Fangkorb. Also das ist ein Traum. Ganz ehrlich. Und er holt was runter. Das ist echt diese Freiheit hier. Dieser Monobügel, der fühlt sich auch wirklich ziemlich verwindungssteif an. Das ist natürlich herrlich. Er ist super leicht und er macht sogar Streifen. Wahnsinn. Gut, wir machen nochmal einen Härtetest jetzt hier auf dem hohen Gras. Und dann, ja, kurzes Fazit. Yeah! Ja! 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 Ja, der ist so leicht, es irritiert mich jedes Mal. Schön. Er macht echt Streifen. Gibt es denn sowas? Ich glaube, ich kann sogar ein bisschen breiter mähen. Ich mähe nicht breit genug. Sehr angenehm, sehr angenehm. Sehr angenehm. Wir haben ja jetzt, äh, da machen wir Eco rein. Eco-Mode. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah, jetzt hat er runter. Ah, jetzt hat er runtergeregelt. Und jetzt hat er so ein ganz komisches, ganz unangenehmes Geräusch. Oh, das geht gar nicht. Da hat er ein Jaulen. Ist ja Wahnsinn. Also Eco-Modus könnt ihr vergessen. Was auch noch ganz interessant ist, dass der Mäher hinten geschlossen ist und nur an den Seiten, ähm, die Öffnungen hat. So, liebe Franz-Freaks. Ja, der RMA 448.3 RV. Ist, glaube ich, falsch. Vielleicht ist es auch richtig. Also so ein Name. Egal. Ja, ich liebe Sichelmäher. Ich liebe, nein, nochmal. Ich liebe mehr die Streifen machen. Ich finde Mäher mit Walzenantrieb total cool. Die haben so viele Vorteile. Da kann man zum Beispiel auch hier am Rand mähen. Das machen wir nochmal. Letzte Einstellung. Und zwar über so eine Kante hinweg mähen. Weil er eben hinten eine Walze hat, kippt er euch nicht mit den Rädern in den Graben. Dann die Streifen. Also ich habe noch niemals so einen leichten Mäher mit Walzenantrieb in 46 Zentimeter Schnittbreite in der Hand gehabt. Einiges finde ich ein bisschen einfach gemacht. Wenn es natürlich hält, wenn es funktioniert, ist gut. Stiel gibt auch zum Beispiel auf diesen Monohallen gibt Stiel 10 Jahre Garantie. Das ist natürlich ordentlich. Diese Kunststoffrolle finde ich den größten Fehler von Stiel. Da hätte man eine fette Metallrolle machen müssen. Vielleicht kann man ja sowas bauen. Weiß ich noch nicht. Das finde ich unwahrscheinlich schade, dass das jetzt kein Metall ist. Habe ich auch nicht gewusst. Wäre ein Grund, sich das nochmal zu überlegen. 770 Euro ist jetzt nicht die Welt. Der kostet jetzt unterbindliche Preisempfehlung irgendwo 890. Wenn man natürlich sowieso Stielgeräte hat und die passenden Akkus sowieso schon rumliegen hat, ist das super. Braucht man nur das Gerät zu kaufen. Ja, wer Stiel magt, top. Ich weiß noch nicht. Ich würde mal ein bisschen mähen jetzt mit dem Mäher. Ich finde ihn super leicht. Vom Geräusch super angenehm. Ausnahmsweise sage ich mal, das Geräusch ist angenehm. Ja, okay. Was sagt ihr? Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ja. Ich gucke nochmal, was er gemäht hat. Dann machen wir nochmal hier den Streifen. Es ist sogar was runtergekommen. Okay, jetzt sage ich nochmal eben ganz kurz das Feature hier mit dem Rand. Spritz. Mit dem Rand ist auch cool. Also auch das Einfädeln des Fangkorbs ist völlig in Ordnung. Ich finde auch super, dass er nicht ausgeht. Das finde ich übrigens ganz toll, dass er jetzt nicht irgendwie sich abschaltet und dann irgendwie mal wieder fummelig anschalten muss. Genau. Ihr habt jetzt hier so einen Graben. Ich habe ja so gerne diese Ränder, weil es ganz schick aussieht. Und jetzt müsst ihr natürlich aber trotzdem ein Stück weit über den Rand hinweg mähen. Und das geht nur mit dem Walzenmäher. Das ist Hammer. Weil die Walze hinten den Mäher rettet. Er fällt euch nicht runter. Man muss ein bisschen Druck nach rechts ausüben. Also, aber guckt euch das an. Wir wollen das mal euch zeigen mit der Walze hinten über die Kante. Jetzt stellen wir mal auf mulchen. Dann können wir die Klappe hier zulassen. Also Klappe zu, Mulchfunktion an. Und wenn ich jetzt fahre, ich mähe jetzt mal nicht, ich fahre jetzt nur, dann kann man richtig, oh, naja, Mist, hier ist ein Kratzer drin. Also man muss ein bisschen nach links drücken in diesem Fall. Also ich mähe jetzt mal. So. Aber dann kann man hier richtig weit rüber mähen. Man muss es auch ein bisschen üben. Keine Frage. Aber das geht eben nur mit einem Mäher mit Walzenantrieb. Und deswegen verstehe ich ja nicht, ich sage es ja mal wieder, warum die Industrie uns nicht mehr von diesen Geräten liefert. Warum gibt es den nicht in Deutschland? In England gibt es den. Ja, da kann man ihn kaufen. In den Niederlanden anscheinend auch. Ja. Also war ein cooler Tipp. Danke nochmal. So, jetzt ist Schluss. Tschüss. Du sollst mal. Komm, ich habe noch Latschen an. Sie läuft barfuß. Das ist ja nicht super leicht. Das macht wirklich Streifen. Das ist es. Das ist wirklich super leicht. Aber hier, ne? Pustet ja alles raus. Ja, da fliegt ein bisschen was raus. Das stimmt. Seht ihr das? Da fliegt es raus. Das ist ja nicht so toll. Aber Geräusche ist super. Alle Pilze eingesehen. Alle Pilze weg. Cool. In der Erscheinung, echt gut aufzusaugen. Nicht schlecht. Es ist wirklich cool. Manchmal. Ich muss das nicht raus. Aber ich muss das ist bein.